Ich lade doch gerade noch was ab hier, beim Zirkus, ich muss den Zirkus erfinden. Oh, ich hoffe der Zaun hat keine Kollision. Du hast keine Kollision, du hast keine Kollision, du hast keine Kollision! Wir können uns aber einen neuen Metrascher kaufen. Du hast zwei kleine Metrascher für den großen Hänger. Den großen Metrascher dreimal abtanken für den Hänger. Jetzt sind wir alle verwirrt. Ist euch egal, macht was euch gefällt. Spaghetti wären cool. Für den kleinen Metrascher holen wir uns nochmal einen kleinen Hänger. Spaghetti. Dann sparen wir auf den ganz großen Metrascher hier auf den Axialfollow für 380.000. Oder wir nehmen New Holland für 430.000. Ja, dann schau doch mal, schau doch mal, wie teuer, also wie viel du bekommst, wenn du den gelben jetzt verkaufen würdest. Weil der wäre dann ja sowieso schon mal weg, außer das Mähwerk. Ich fahr jetzt erstmal zum Zirkus hin. Fragst du dich, wieso Spaghetti? Ja. Ja. Ja, wegen Verwirrung. Ach so. Ja, bis der Knoten dann geplatzt ist. 52,5 würde ich für ihn bekommen. Ja, und ich fahr jetzt gerade... Wäre das dann genug für einen großen Mähdrescher? Warte, ich fahr doch auch gerade noch was ab. Nein. Nein. Ich lade doch gerade noch was ab. Beim Zirkus. Ich muss den Zirkus hinfinden. Oh, ich hoffe, der Zaun hat keine Kollision. Du hast keine Kollision. Nein. Du hast keine Kollision. Du hast keine Kollision. Du hast eine Kollision. Ach, das ist... Batsch. Kann ich auch machen. Sehr gut. Was? Äh, warte mal, wo ist denn jetzt überhaupt der Zirkus? Warte mal. Bei Raff-Eisen, bei der Reifeisenbank, ne? Raff-Eisen, ja. Diese raffgierigen Banken. Ja, bei der Reifeisenbank. Da fahr ich da mal hin. Ups. Hat keiner gesehen, dass hier eine Zaun keine Kollision hat. Hat jetzt einer den kleinen Mähdrescher oder wie? Ja, ich gerade. Ja, direkt vor Ort hier. Ja, warte mal. Ich lade doch jetzt gleich, ähm, hier... Was ist denn das? Heu? Heu oder Stroh? Heu, Stroh. Ich könnte mich doch quasi auf die Abladerampe vom Hof stellen und mich... äh, und, und, und Marvin könnte doch dann von der Seite... Damit wir den, das Raps da drin jetzt, wenn wir den verkaufen, nicht weg ist, weißt du? Ja. Ja. Da fahr ich jetzt runter zum Hof, stell mich auf die Abladerampe und Marvin kommt von der Seite und tankt ab. Ja, das müsste funktionieren. Sollte eventuell passen. Ganz fahren aber runter. Dann gibt's mehr Geld für das Ding. Direcht runter zum Shop, ne? Ja. Ja. Dann gibt's nicht mehr Geld für das Ding. Nein. Okay. Bringe ich ihn hin. It's a true colors. That's why I love you. Bitte. Muss ich auch mein Headset anschließen, weil's schon wieder nach Strom lächzt. Oder lächzt es nach meinen Gesangskünsten? Ne, nach Strom. Achso. Ich hab's nämlich die Nacht über nicht angeschlossen. Ja, das ist ärgerlich. So. Oder es gibt einfach freiwillig aufhänge Gesangskünsten von Flo. Ja. Aber, aber immerhin nennst du es Gesangskünste. Das meint, nennt er eher. Ja, das liegt im Auge des Betroffens. Ja. Bei mir brauchst du nicht freundlich sein. So, warte mal. Oder muss ich jetzt auf dir? Äh. Zuckerfabrik? Ne, da brauchen wir nicht hin. Ich glaub ich muss den Fail noch mal ein bisschen lauter stellen hier. Ich muss mal bei dir nicht zugucken. So. Bei mir? Äh, hab ich gerade ausgemacht. Warte mal. Ich geh über Twitch Livestream. Ja, stimmt. Siehst du hier der Charlie, äh, der Charlie sag ich schon. Äh, Mario. Waldmeister. Waldmeister. Ah, ich sag ich klinge alle gleiche, ey. Ähm. Waldmeister, schick ihm nochmal den Twitch Link. Du? Ja, du. Ja, du, ich. Der wollte es mal testen. Kein Mensch, es ist ja auch egal. Nee, Twitch kannst du auf dem Rapphaus nicht registriert sein. Ja. Kannst du so machen. Wieso fällt man das Ding eigentlich so langsam ein? Wow, 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 überlade mich nicht so, ja? Ja, der ganze 6%! Boah, Alter! Das ist mein Trecker ja schon fast gar nicht schwer. Wir kriegen ja gleich einen neuen Drescher für Charlie. Florian, ich hab deine Frau heute gar nicht gesehen. Du hast meine Frau heute nicht gesehen? Deine Frage. Meine Frage? Welche Frage hast du nicht? Achso! Ja, mir ist aber eingefallen, dass wir eh gerade mit Mods spielen. Das hätte sich wahrscheinlich alles ein bisschen hingezogen. Eben, eben. Trinktischt und wie gesagt mein Lenkrotter und die Bedeutung liegen sonst nur zur Zeit. Also lange nicht benutzt, sehr eingestärbt. Naja, ja. Ich hab ja auch ein Gamepad, aber ich muss immer wieder anschließen. Ah, in der Quasimecke wurde gerade der Link zu Twitch gepostet. Ja, ich seh's. So, wo ist denn jetzt hier der Zirkus? Äh, hallo, der Zirkus? Du bist zu hoch. Du, ja. Du fährst grad die richtige Straße runter. Ja. Okay. Dann nach links. Ah, links, warte. Und hinter der Bushaltestelle? Moment, hat der Baum noch nicht gesehen? Oh, ich meine das andere, Entschuldigung. Also war ich doch gerade richtig, okay. Äh, warte, jetzt mal gucken wir uns mal wenden hier irgendwo. Dann hinter der Bushaltestelle musst du dann entlang. Also hinter der Bushaltestelle tue ich den Zaun hindurch am besten. Ne, 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 ich mach's alles hier ordnungsgemäß. Okay. Ich fahr rückwärts ran. Und warum? Weil ich's kann. So, Bushaltestelle, hier ist die Bushaltestelle. Ich will die zwei Haufen nicht miteinander verwechseln. Ne, 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 das geht mir jeden Morgen so. So. Zirkus. Muss ich mal rückwärts ran fahren. Super. Warum spiele ich eigentlich immer so korrekt? Ey, Waldmeister ist ganz fleißig. Fleißig am chillen? Ja. Na, wenigstens nach ein Städtchen, Papa. Haha. Ja. Wir fanden Toreau ist eigentlich ganz gut falsch. Ja, ich tue gerade auf was Antworten in Twitch. Wieso? Also ne, es gibt bei... Oh, hör doch mal auf zu Ruben, Marvin. Ja, also es gibt bei Twitch, sorry schon. Weil es ist keine integrierte Funktion zum Livestream. Ja. Muss dann schon über ein extra Programm machen. Du hast den OBS, oder? Ja. Äh, ich habe im Übrigen keine Erlaubnis, den Drescher zu verkaufen. Kann der mal kurz, wenn der Switch kommt? Ja, das mache ich jetzt. Bist du drin, Hol? Draußen? Nö, ich bin draußen. Sag ich doch, draußen. Mit Mähwerk? Ohne erstmal würde ich sagen, oder? Ne, warte mal, wir brauchen noch ein zweites Mähwerk. Ja, eben. Wir brauchen noch ein zweites Mähwerk. Nö, naja, naja, also so. Nö, so gut, äh, so gut, äh, konnte ich jetzt dann doch nicht die Steaks zubereiten. Wollen das Häcksel rudeln? Ähm. Aber nicht eine Abladefläche auf dem Hof dafür. Sehr gut, nein. Nein. Das muss doch. Erstmal zur Biogas, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, ich freue mich, das abladen kann jetzt hier. Ah, ist ja natürlich. Da schon mal anscheinend nicht. Wie hat sich das eigentlich damals mit dem, äh, Fließband Mod so gemacht? Ich weiß gar nicht. Der ist auch noch da. Achso, der ist auch noch da. Achso, der ist auch noch da. Okay. Um. Wir müssen gerade noch gut Geld bekommen. Also, Mähdrecher steht jetzt hier beim Händler. Äh, ich lade auch gerade noch mal ab, das Stroh. Das war eigentlich ganz gutes Geld kriegen dafür. War das, ne? Oder? Wofür? Für Stroh. Weiß ich nicht. Ja, ich bin doch gerade abgeladen. Ja, das Geld kriege ich doch. Ja, wie viel haben wir jetzt? Weil ich der Host bin. Jetzt haben wir wieder 47.912. Okay. Können wir dann noch ein Mähwerk zu kaufen? Noch nicht. Okay. 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 Okay.